Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Alkine, ihre Reaktionen. Der Film ist vorgesehen für das Gymnasium, die Kursphase und den dortigen Grundkurs. Das Video habe ich folgendermaßen gegliedert. Im Teil A werde ich einige Additionsreaktionen vorstellen. So die Addition 1. von Wasserstoff, 2. von Halogenen, 3. von Halogenwasserstoffen und 4. von Blausäure. Im Teil B wird gezeigt, wie die Alkine als Säuren reagieren. Im Teil 1 wird die Bildung von Silberacetylenid gezeigt. Im Teil 2 zeige ich, wie Kupferacetylenid entsteht. Und schließlich werdet ihr im Teil C erfahren, was bei der Reaktion von Alkinen mit Ozon entsteht. A. Additionsreaktionen Alkine, die über eine Dreifachbindung verfügen, können mit unterschiedlichen... ...den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com